Ich hoffe, dass du dann auch bald wiederkommst. Bis wann geht das hier eigentlich? Äh, normalerweise? Bis wir zusammenbrechen. Oder wir? Nee, nee, ich meine jetzt nicht das Konzert. Bis wann geht der Abend heute? Normalerweise. Wir. Wir? Schön hier zu sein, echt. Wirklich. Mann, ey. Nette Leute. Super Kneipe. Was sind eigentlich mehr? Wirklich, also ich fühl mich saugohl hier. München ist auch nicht so scheiße, also. Naja. Ja, ja, komm doch mal nach München. Okay. Herzlich eingeladen. Danke, danke. Du musst noch ein gutes Kilo von mir an der Eva machen. Ja. Gutes. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Danke. Das ist exzentiell. Oh ja. Exzentiell ist das. Kriegen wir ihn. Ich glaub's auch. Ach, wir sind drauf. Was soll das für Schiebchen? Das kann ich nicht beurteilen, ich war noch nicht in Ludwigshafen. Könnte allerdings mal Fotografen. Wenn das hier weitergeht. Das war nicht nur vor 50 Jahren, wenn ich das Leute mache. Das ist wirklich anstrengend. Gut. Das ist wirklich anste? Das ist wirklich anste. Das ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. tętung, was mir ein Sevent is. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020